zack habe ich irgendwas downloaden im hintergrund nein habe ich nicht gefällt mir gar nicht bei youtube gerade zicken macht zick zack das ist halt irgendwie nicht ganz zufrieden mit mit der stream eingabe das gefällt mir gar nicht okay komisch kann irgendwie nicht wirklich sein dass ich so krass internetprobleme habe bei dir mache ich mir da wenig sorgen eigentlich ja ich mir eigentlich auch aber naja ich sag mal so manchmal ist hier ja ich muss ein champion choosen ich weiß manchmal ist hier kabel deutschland nicht so der der verträglichste partner im bunde die stellen sich manchmal schon extra blöd an ich weiß nicht woran gerade die oft möglicherweise miese stream qualität liegt tut mir leid aber dann mal kurz er verkehrt sie habe ich eigentlich relativ viel habe ich sogar einen anderen körperskin habe ich ausgewählt dass sie in ordnung könnte ich noch was tun ich kann mal kurz schauen ich mache ein speedtest im hintergrund weil irgendwie kann das nicht angehen also meine download rat ist wunderbar ok komisch ja es geht um upload es geht um upload ja ich weiß aber hier habe ich werde ich habe für die sogar oder dann muss mal gucken was ich eigentlich kann soll das ist die ganze immer minimiere aber meine rolle geschwindigkeit ist bei 9,7 mbps an meinem ende kann es nicht liegen dann macht youtube wahrscheinlich 40 tut mir leid wie andere können das kam keine ich habe ich habe ich habe ich habe die eine geschickt also kommen wir nicht auf die tour quatsch ok da hat das letztlich funktioniert aber ich habe den einladung geschickt ist besser gucken kriegs nächste runde eine erinner sich am besten noch mal dran weil sonst vergesse ich das nur wieder ja und du musst mich dran erinnern was das vergesse ich nämlich ok uiuiuiuiuiuiuiuiui was war das denn fuck direkt weg geholt gewissene ekt krasse geschichte hat man sich auch geholt war ich muss erstmal wieder ich kann glaube gar kein paradies mehr spielen ich will immer treffen wenn sie fällt wunderbar problem ist unser team hat sich irgendwie da nicht wirklich ich mich auch nicht auf unser ziel konzentriert was dazu geführt hat dass wir dann bis auf die fresse gekriegt haben wo hänge ich fest wo hänge ich fest wo hänge ich fest wo hänge ich fest ja irgendwie hat sich mein leistet überhaupt nicht regeneriert was er das denn scheiße ja ok ich glaube dieser punkt hat auch noch nicht so ganz begriffen dass er eine fähigkeit hat mit der er schweben kann regenerieren kann so her der gegnerische peter für schon ja das ist ja das ist ja von wo von wo ach das ist der drogas ich brauche mit haben wir gar kein jeder der hat nicht begriffen dass seine heilfähigkeit hat ach man ich habe noch eine ja gut eigentlich bräuchten wir pip schon als als healer aber ich glaube der weiß noch gar nicht was er eigentlich kann ich glaube auch nicht dass der was was er tut dann machen wir es einfach mal so schaffen es zu einer von der sorte warum heilen wenn ich auch ballern kann richtig lieber ja komm schon ich bin jetzt hier jetzt auch nicht gerade so optimal ich muss echt das ist so verrückt wenn man das eineinhalb wochen nicht mehr spielt man kommt da ja so raus das problem ist doch unser team ist irgendwie nicht gerade wirklich ausbalanciert der hat mir ordentlich eine mitgegeben ja sicherlich wo seid ihr denn schon wieder ich krieg das nicht mit wenn ihr weg geht man ach ihr sekt gestorben so okay das erklärt alles das war die teile warum auch das wird ein schnell das wird eine schnell verlorene runde ich muss mir den sprung benutzen das war ja nur super old ich habe sie ja ich habe neues achievement achievement sogar zwei alter wie geil ist das denn ich muss nachher bloß mal gucken was ich jetzt bekommen habe ich glaube ja genau das achievement war töte einen gegner nachdem du gestorben ist genau so war das also nach dem motto beyond the grave ja genau wo bist du hin wo bist du hin oh leil nein ich bin tot oh ja klar ja klar wow direkt wow und da kommt die Klogos und du bist tot mit nur einer leichten Verzögerung aber ja ja das 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 weiß nichts ach meinste so ganz ganz leichte tendenz ich habe ein ulti auch gerade schon verballert es läuft gerade gar nicht warum haben wir warum sind die vernünftigen spieler von von hier von paladiz echt immer im gegner team ja die Leute die mich ausgleichen müssen sind immer im gegner team warum da habt ihr nichts verloren ja klar dass wir keiner wissen dass der Trogos Highlight des Spiels ist ist ja logisch ne da hat er mich ordentlich weggesnackt und dich auch also das war für Drogos für Drogos verhältnisse bisschen arg weit die reichweite seiner 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 explosion aber okay ich will nicht sagen ich öffne ganz schnell eine truhe oh lol ne ich wollte keine kaufen wollte eine öffnen ja ich spiel trotzdem nochmal Cassie auf 5 das ist mein Ziel für heute hier siehste hast du es jetzt schon wieder gesehen ich hab dich eingeladen 28 ja klar leck mich am Arsch Undergrinder ich glaub du musst mit deinem äh ich glaub das ist der Fallchart das wird nix ja ne das kann man auch vergessen 58 58 58 58 gewünschte Spieler nicht gefunden geil aus der Gruppe werfen Fehler gewünschte Spieler nicht gefunden oder offline ich kann Undergrinder nicht kicken weil er offline ist what das ist ja voll komisch was schreibt der spazl denn jetzt spazl spazl keine ahnung bei mir ist der online komisch dat läuft wieder so muss dat ähm ja keine ahnung wie sagt denn ich auch ich kanns nochmal machen hier aus der Gruppe werfen gewünschte Spieler nicht gefunden oder offline ich kann Undergrinder nicht kicken richtig geil würdest du bitte mit dem anderen Account on gehen wäre mir persönlich lieber weil das wird nichts ja ja Maeve ist so useless geworden auf jeden Fall ist Maeve so useless geworden die geht mir nur noch auf den Sack also ist sie nicht useless alles was mir auf den Sack geht kann nicht useless sein das haben wir hier ok haben wir eine Karte kann ich dieses Zeichen das kann nicht useless sein da bug genau da ich mit bug mit sicher keine MVPs machen werde wird diese Pose ungenutzt bleiben it's not a feature it's a bug ja standard jetzt ist noch mal ein neuer so jetzt jetzt bist du raus so und jetzt nochmal ein Teil wenn er online ist mach ich sofort aber 58 keine Hobbys sag ich da was heißt hier keine Hobbys der Junge hat Spaß am Spiel lass ihm den Spaß am Spiel ja das auf jeden Fall aber trotzdem find ich krass Hut ab naja der kann's halt so dann schauen wir doch mal Truppe einladen da ist wieder Tramp x-Undergrinder 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 x2 auch in Ordnung wie sie das jetzt ja wie gesagt wir nutzen halt immer noch ein TS wo das halt verständlich ist dass wir uns heute das einverständnis holen müssen dass wir Leute drauf holen und ähm ja genau ach der ach deshalb haben wir noch mehr aufs Maul bekommen als wir ohnehin schon aufs Maul bekommen als letztes mal mit dem 58er drin was das erklärt alles war der da schon drin oder wie ne nicht letzte Runde sondern beim letzten Stream da haben wir ja auch so mega auf die Fresse bekommen ach so da war ja auch schon mit dem 58er drin ja ok das erklärt warum wir noch mehr auf die Fresse bekommen als wir ohnehin schon auf die Fresse bekommen ich kann ich kann nochmal gucken Freunde ach da ist er sorry hab dich nicht gesehen wunderbar in der Gruppe drin wahrscheinlich mit dem Aussprung so Level 1000 ne so dann spielen und nochmal das ist doch an ein an nehmliches Level das ist doch ein sprechen wir ja ja deutsche Sprache schwere Sprache acht Zuschauer wow geil schön dass ihr da seid bei Paladins ist da geht es immer gleich ein bisschen hoch ne nur ein bisschen oh aber Paladins gibt es jetzt auch auf PS4 als Beta ja das stimmt ne es stimmt das habe ich erst wo habe ich es gelesen PC-Welt glaube ich ja PC-Welt habe ich es noch gelesen ne ich habe es bei Paladins selbst auf Facebook gesehen achso ok auf Spieler warten einer komm 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 bitte nein ganz ehrlich warum geht man in der Lobby zum Spiel suchen wenn man nicht da ist um Angst zu nehmen wahrscheinlich wahrscheinlich gab es was zum Essen das könnte ein Grund sein das ist auch hier diese blöde warum habe ich eigentlich eine Wettkampfbewertung ich habe noch nie Ranked gespielt achso ich muss meine Maus drüber streichen dann geht das weg ok wie eine Wettkampfbewertung ich habe eine Wettkampfbewertung ok mit wem müssen wir denn noch Rang 4 muss man die Charaktere spielen ne richtig ja oder wie war das ja genau dann finde ich mit Inara fast dran mit Tyra auch auch mit Fernando lang dauert es nicht mehr 3500 das ist aber glaube ich nicht gut ja was sagt der Undergrinder Wettkampfbewertung 3500 ich kann damit überhaupt nichts anfangen Mima schön dass sie streamt noch finde ich es nicht ganz so schön ich könnte mal wieder einen Sieg im Paladins gebrauchen dann würde ich es vielleicht wieder auch ganz schön gefunden dann würde ich es vielleicht auch wieder sehr schön finden aber so an für sich ich meine solange es euch belustigt wie ich mich hier dumm und dämlich anstelle dann geht das natürlich auch so wo ich wollte eigentlich noch mal schauen Champions auf die Gegenstände ach genau hier war das dann ich glaube das kann man sich besser ansehen wenn man auf die Champions selbst geht ja gut matchbeitreten komm 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 ja 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 Wahrscheinlich wieder genau dieser eine, der gerade eben auch. Ah, doch. Ha, geil. So. Wie sieht eigentlich der normale... Was dich, Undergrinder, angeht, ich weiß, es wird jetzt ein bisschen verzögert ankommen. Spiel, was du spielen willst. Nee, das ist der Pip von vorhin, oder? Der Name kommt mir so bekannt vor. Das kann dann natürlich ein anderer sein. Könnte es sein, dass es der gegnerische Pip war? Genau das kann sein. Der kommt mir so bekannt vor, der Name. Müssen wir gleich einfach in den Stream... Gucken später im Stream dann. Aber kann auch natürlich was... Kann das auch ganz falsch sein, aber das kommt mir auf jeden Fall irgendwie bekannt vor. Aber ich finde, meinen Körperskin finde ich eigentlich viel besser als der originale grüne bei Cassie. Ja, ich weiß, es geht los, es geht los. Die haben Meldamba. Und Charlene und Maeve, ja. So. Und richtig mal Taf... Tafach... Okay, schade. Gerade gar nicht, so. Ah, Mr. Gamer! Hi! Mr. Gamer, always on! Always on! Online! Nein, you want to say? Oh, na! So, so... Items nicht verliebt. Oh, lol. Falsche Schastkombination. Weil, jetzt habe ich einfach mal Refugium genommen. Ach du Scheiße, wollte ich glaube ich gar nicht. So. Oder wollte ich das? Ich weiß es nicht. Hui! Prepare for battle! Prepare for battle! For battle! Prepare for battle! Ja, ja, der zweite Undercrinder. So. Aber das geht ja schon richtig los hier. Hm. Und jetzt auf die Fresse, fertig, los! Boah! Touchen! Oh, Maldamba! Ich kriege hier gerade ordentlich. Ah, lol! Okay, das Payload fährt direkt durch meine Wall durch. Das erklärt alles. Fuck, man! Natürlich verfolgt die mich. Ach, klar! Die weiße... Hm. Die ist auch ein bisschen schneller als ich. Hihihi! Hihihi! Michael Jackson! You shall not pass! Oh, lol! Oh, lol! Oh, lol! Zu viel! Zu viel! Autschen! Oh, lol! Komplett daneben geheizt! Ah, shit! Ach, komm mal mit der Drecksschrotze auf die Distanz! Auf jeden Fall! Ja, sicherlich! Oh, fuck, man! Das gibt's ja nicht. Ja, Maldamba! Ja, ich spiele Cassie auf 4, dann spiele ich die nicht mehr so schnell. Das läuft gerade irgendwie gar nicht so. Das demotiviert mich jetzt so ein bisschen. Oh, 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 oh! Oh, lol! Ey, woher seid ihr denn? Na, da ist Andergrinder? Oh. Natürlich ist sie wieder direkt bei mir und weg bist du. Ich hasse dich. Ja, genau. Ich mache meinen Spreng. Das gibt's nicht, ey. Oh, ja klar, natürlich! Andergrinder macht wieder eigentlich fast alles. Ja, wer kann, der kann. Ja, der Mann, der kann. So. Oh, oh. So. Oh, das hat mich werke. Halt, haben wir den Healer? Oh, der Pip hat mal seinen Job gemacht. Wir sind guter Pip. Wer verfolgt mich? Wer verfolgt mich? Ach da. Oh, hi, Barrick! Oh, ja! Wo kommt die... Oh, Mann, die Foot war auch wieder da. Fuck, Mann. Mann. Boah! Oh, Andergrinder, Andergrinder. Ah, hat ihn. Natürlich hat er ihn. Ich finde, Charaktere der Klasse, wie Maeve einer ist, gehören auf ewig von allen Spielen, die es gibt, gebannt. Außer von Stealth-Spielen. Ich kann mal ein bisschen backpushen. Oh, ey, irgendwo ist Maeve? Man weiß halt nicht, wo. Ah. Gibt's da Schick-Ring? Ja, klar, der hat der Wix auch wieder sein Ulti ab. Das heißt, wie der jetzt zum ersten Mal eingesetzt hat. Oh, Mann! So, besser. Der Pip ist nicht so ganz von der hellen Sorte. Aber ich hab's auch nicht gemerkt, dass Maeve mich angegriffen hat. Oh, Gott. Mal Damba ist ordentlich. Der hat ordentlich was eingesteckt von mir. Der ist ordentlich. Der ist sehr ordentlich, ja. Der hat seinen Teller leer gegessen. Der ist ordentlich. Der hat ordentlich was eingesteckt. Ob er auch richtig aufgegessen hat, das weiß ich nicht. Aber jetzt sind wir ja gerade relativ stabil. Das ist ganz... Ja, gerade läuft's irgendwie. Gerade funktioniert das irgendwie auch mit den Rollen und... Ich muss gerade mal ein bisschen back, das ist mir grad lieber. Hallo. Fisch-Middy. 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 Ach, die Olle. Die Olle. Wir sind doch hier nicht in der Küche. Die kann sich da wieder verzichten. Ich würde eigentlich nicht E drücken, das war ein Fehler, aber... Naja. Was will man machen? Da ist wieder genug. Oh, ich hab fast kein Leid. Du, das ist... Ich wollt grad sagen, du siehst ja... Du siehst ja gar nicht so gut. Was? Also bei mir läuft's halt auch wieder mit dem Deutsch. Deutschsprache ist schwerer Sprache. Das kann schon lustig sein, was man dabei rauskommt. Ach, Mann, schon wieder kein Geld. Boah, der Soldier. Da kommt Maze. Warum? Achso, das ist gar nicht... Schnell weg. Wer's shooting at me? Ja, die hab ich beide. Geil. Sehr nice. So will ich das sehen. Boah, ey, wie der Soldier. Ich brauche mal wieder live. Äh, wo ist, wo ist er? I don't know. I don't know. And I forgot, we've got our, äh... English native speakers, so I've got to change the language now for a minute. Wow. Ähm, just for one minute. Nah. Not exactly one minute, but... Woo! Fuck you. Ja, komm, komm, komm. Beat it! Woo! Yes. Alter, kriegt ihr den auch noch? Ich glaub's nicht, der kleine Upsnacker. Ja, 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 ich hab... Du bist der Undergrinder, du bist ein... Ja, 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 ich hab... Du bist ab jetzt nur noch Undersnacker. Undersnacker. Alter, da kam der noch rumgejobbt und hat sich den Baric geholt. Ich glaub doch nicht. Aber Cassie ist auch so ein richtiger Snack-Charakter. Da muss man ein bisschen... Da funktioniert die ganz gut eigentlich. Ja, aber die macht auch auf Distanzgutschaden, weil die Pfeile fast keinen Drop hatten, zumindest als ich sie das letzte Mal gespielt habe. Oh, das kann nicht sein. Ich stand direkt vor ihm, hab ihm das Gesicht geschlossen und der Schaden hat nicht ausgerechnet, um ihn zu killen. Ich hatte einfach nur irgendwie keine Ahnung. Ein Dämmel, ein, ein, äh, ein Punkt Leben übrig gelassen oder so. Ähm, so. Ähm, so. So, und so. Die Taktik zu fahren, eigentlich ganz gut funktioniert. Schauen wir mal ganz kurz. Nicht, wurde hart genervt. Hi, by the way. Hi. Hi, ade. Oder warum auch immer man deinen Namen... Oh Gott. Wie man deinen Namen auch immer ausspricht. Boah. Ich will das nicht Triple Kill, ich will das Triple Snack nennen, aber ja, Triple Kill Highlight. Hauptsache, den einzigen im Team Schlechtere in der Leistung bringt, ne? So leid, Undergrinder. Äh. Ist ja einfach gut, sie ist einfach so. So. Der Link ist ein, hast du gesehen? Ja. Beric, lass mich vorgehen. Okay, die Mauer war ein bisschen senseless. Da ist noch ein Torrent. Das ist weg. Und Beric ist fast tot. Ich krieg grad von Maldember hart aufs Maul. Ich push mal ein bisschen. Ja. Fuck you, Maldember. Ja komm. Fuck you einfach. Sehr schön. Come on, D-Nata. Der ist weg. Der ist tot. Sehr schön. Da ist ein Torrent. So. You need me. Thank you. Die Mähte da nochmal spricht, ey. Oh, das war jetzt eigentlich nicht so geplant, aber... So. Bisschen sinnfrei, aber... Und... Und... Wohl, wot? Der fucking Schild hat den gerettet von meinen Steinen, aber dann hast du den mit den Pfeil getroffen. Ich glaub das nicht. Da oben hab ich doch gerade einen gesehen. Ja, da oben war grad Soldier. Äh, nee, nicht Soldier. Victor. Ich wollte den neulich mal wieder Overwatch spielen. Seitdem bring ich halt die ganze Zeit die Charaktere durcheinander. Oh shit, ich hab grad deinen Fluchtweg abgeschnitten. Ne, das war perfekt. Das war perfekt. War sehr gut. Okay. Das war nicht schlecht. Das war wirklich gut. Unbeabsichtigt gut. Kann es sein, dass das Payload jetzt... Die hatten das Payload ja sehr stark zurückgepusht, aber deren Punkt war an deren Maximum, wo die vorher waren. Voll nice. Die haben das angepasst. Okay. Das ist halt nicht das, wo das Payload zuletzt stand, sondern da, wo das Maximum des gegnerischen Teams war, so weit wie sie gekommen sind. Ja, genau, ja. Ja gut. Lol. Also bei mir ist das grad mega asynchron. Er setzt die Hälfte der Schüssel daneben, oder soll das so? Bei mir passt das auf den Punkt. Bei mir sah es ein bisschen strange aus. Ein bisschen leggy-leggy. Aber, naja, was wir machen. Ja, immerhin hab ich meinen Job gemacht. 14,5. Das sieht jetzt mal besser aus als beim letzten Mal. Belohnung, Punkte. An Undergrinder komm ich natürlich noch. Nein, 23,3 kann man machen.